Das wird richtig geil. Wir haben drei Dinger, die wir noch aufholen müssen bei Jansky. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Moin Moin Leute, der Agent Engel hier. Willkommen in diesem neuen Video, in der heutigen Folge. Giro hat Spaß. Ach, ist das ein Pain? Ich sehe gar nicht. Nur Fan M2. Nein! Und ich erkunde weiter die Nordschleife. Nein! Man sieht ja gar nichts. Man hat ja wirklich nichts gesehen. Oh, Sascha tot. Da stand gerade Sascha im Gras. Wisst ihr was? Also, es gibt wirklich wenig ACC-Creator. Und ich finde das sehr schön, dass Jansky ja im Grunde genommen fast für jeden ACC-Creator hier ein Highlight-Video macht. Das könnte ja jeder Creator fast bei sich selber noch auf YouTube hochladen. Du könntest dir einfach alles rausschneiden und dein eigenes Highlight-Video machen. Das wäre schon pepativ. Ja. Noch lieb. Sind nur 16 Sekunden. Das macht doch nichts. Okay, jetzt sind es ein paar mehr. Oh, guck mal, Boris schickt auch einen. Wie ist das jetzt? Alles ist noch drin. Oh, okay. Jetzt sind es 23 Sekunden. War ich da gerade im Stimmbruch? Ich glaube schon. Oha! Nee, Regen ist wirklich, macht total viel Spaß. Also, Monsunregen ist einfach das Geilste. Wisst ihr, kennt ihr, wir kennen es alle. Weg, ich beschreibe euch jetzt den typischen Regen-Fan. Okay? Es ist Samstag. Es ist ein Endurance-Rennen. Der typische Zuschauer kommt in den Stream und sagt sich so, oh, geil, ey, Regen. Wow! Endlich mal ein bisschen mehr taktieren und geil, Eifelwetter, schön. Das feiern wir alle so sehr. Wow! Das haben wir schon in 555 Rennen gesehen und das hat damals schon so unglaublich viel Spaß gemacht, das sich anzuschauen. Und alle Fahrer so, nein! Und dann hast du die zwei Fahrer, diese zwei von fünf. Das ist immer ein guter Schnitt. Geil, Junge, Regen! Da macht Fahrrad richtig Spaß! Und du sitzt halt immer in dem Auto und denkst dir so, was zum Fick macht denn bei Monsun-Regen Spaß? Du siehst nichts, du fährst nicht schnell, Rennfahren tust du im Grunde genommen auch nicht wirklich, weil du eigentlich fast nur am Ausweichen bist wegen Menschen, die da rumstehen. Und du sitzt halt jedes Mal da als Fahrer und denkst dir so, ja, Regen ist schon wirklich geil. Regen macht auch taktisch ein bisschen was aus. Und ja, Regen bringt auch so eine richtig schöne Komponente mit rein, die das Rennen so spicy macht. Und dann, und dann kommen die Veranstalter. Wie machen wir denn jetzt das Wetter heute eigentlich? Naja, wir nehmen uns einfach mal kurz den Zauberstab. Abracadabra, Fidi-Babudi-Babu, wir drücken auf Shuffle. Ah, nee! Zehn Prozent Regen? Nee, Maga, das ist es, nee, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Wir drehen den Schieberegler einfach auf volle Pulle und wir fahren Monsun. Muss ja auch Spaß machen. Tada! Die besten Bedingungen für Rennfahren. Reales Leben. Alle Rennen würde nur rote Flagge die ganze Zeit geschwenkt werden, weil bei der Scheiße keiner fahren würde. Aber im Simracing feiern wir das. Wiii! Kleiner Disclaimer, ich mag übrigens Regen. Ich hab gegen Regen nix. Ich find nur exorbitant viel Regen sehr schwachsinnig. Läuft, würd' ich sagen. Jetzt haben wir 38 Sekunden. Nee, 33, sorry. Das war ja ne schöne erste Runde. Aber du hast es wenigstens in die Box geschafft. Die war super, oder? So stellt man sich die erste Runde auf der Nordschleife doch vor. Och nee. Nein, sag nicht. Sag nicht, ich hab Dreis drauf, doch. Jawoll! Ich hab den Anfängerfehler des Jahrhunderts gemacht. Ich glaub, wir haben gleich ein Problem. Konzentration, Marcel. Oh mein Gott. Jo, wir haben ein riesen Problem. Oh mein Gott. Justin. Oh mein Gott. Ey. Bruder. Ach, Digga, ich seh halt auch keine Autos. Oh mein Gott. Seid los vorsichtig. Seid los vorsichtig. Ach, ist das ein Pain. Ich seh gar nichts. Junge, so eine Scheiße. Kommt da einer, ich seh's nicht. Ey, ist das dumm. The beauty of single screen. Man sieht halt nichts. Ach, Junge, das war's halt komplett. Macht Spaß. Kennt ihr das, Freunde? Hä? Ach so, scheiße. Nein. Oh, da kommt der, wer. Huch, sorry. Sosa-Brainer-AfK. Tut mir leid. Ja, moin, Alter, der KTM. Ey, Witze. Ja, nein. Was? Alter, die Suspension ist manchmal einfach zu wild. Die Suspension ist so wild manchmal. So lebe ich noch. Hä? Ich war schon am Abschenken. Ich hab ja auch gar nicht mehr gelangt. Ich dachte, okay. Beim Jupiter, gehen Sie aus dem Weg. Ich hab's noch nicht mehr gelangt. Ich hab's noch nicht mehr gelangt. Oh, lol. Zauberer. Ich hab's beschworen, Alter. Einfach Zauberer. Okay, das war ein Wall-Ride. Ja, nein. Junge, der Audi. Ich will nicht mehr. Audi, gib mir doch. Hilf mir. Ja, komm, fast schnell, schnell. Oh mein Gott, das endet nicht gut. Oh mein Gott. Todesfeet. Oh, jetzt hat mein Herz. Okay. Äh, ne Grade kann auf jeden Fall sehr interessant sein, wie es aussieht. Holy Moly. Es ist auch immer Verlass auf T1. Es ist nicht nur Monster. Nein, T1 auf Nürburgring auch immer Verlass. Fuck off. Bist du da, Jansky? Ich guck nicht grimmig. Das ist Nordschleife. Da muss man so konzentriert gucken, Leute. Und sein. Nicht nur gucken, sondern auch konzentriert sein. Wisst ihr? Ah, geil. Habt ihr es gesehen? Genau so muss das sein. Oh, no. Nein. Nein. Nein, ich hab auf Gras gebremst. Oh, das wär aber geil gewesen, wenn der den überholt da drin. Das wär richtig geil gewesen. Bisschen riskant, aber geil. Oh. Oh. Nein! Man! Nein! Boris! Was ist denn hier los? Einfach rausgeschoben! Habe ich es jetzt verschrieben? Entschuldigung! Scheiße! Oh Gott, habe ich den gekillt! No! Oh mein Gott! Alter, wie oft will der sich noch nehmen? Das müssen wir inspizieren! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! Ich finde das so geil, wie die Leute, weil die Nordschleife oder irgendwie das Game, keine Ahnung, nicht optimiert ist, einfach alle Fahrzeuge ausgemacht haben. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Musste ich ja bei mir auch machen. Der Rückspiegel sieht mittlerweile aus wie Kot. Du hast halt einfach 140,90 drin. Zum Teufel, dieses Auto mache ich fertig. Oh, sorry. Und Tschüss. Ja. Das ist mal eine Runde gehalten, Junge. Ciao. Im Grunde genommen sehen wir doch gerade einfach ein neues Respekt. Aber sie. Nein! Oder? Die Autos werden immer ausgehebelt. Auch wenn nicht so. Wir fahren kein M2 im 24er. Es ist jetzt rein zum Qualifizieren, Jungs. Oh, Digger. Ich bin tot. Ich bin tot. Bro, ich bin wieder schwedenkreuztot. Wir müssen das schon langsam machen. Digger. Ich bin wieder eingeschlagen. Digger, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ja, die Werbung gewinnt sie gar nichts. Einundzwanzig. Nein! Ich habe wechseln keinen Kopf. Äh, ja, Icebreaker. Also das mit der GPU, also um das nochmal klar zu stellen, war einfach jetzt reingeschmissen. Also Rechner ist schon vorhanden. Also auch CPU. Man sagt ja immer wegen der Grafikkarte. Also sagt man einfach so aus Reflex. Ich zumindest. Aber hat nicht viel damit zu tun. Bro. Perfekt. Ach, Digger. Digger, Mann. Ich hätte einfach noch Zeit. Ja, Dings hat was im Chat geschrieben. Also in WhatsApp. Ja, und wo bremse ich denn? Junge. Digger, der 18. Aber ne Runde, Jungs. Ne Runde. Okay. Egal. Okay, okay, okay. Auch zu spät. Ja, schön. Ne 15 Jahre alte CPU. Ja, das ist es. Man hatte 50 Reifensets, oder wie? Weil das jetzt echt so kompliziert ist. Es ist doch nicht so kompliziert, hier in der 85915 zu fahren. Scheinbar schon. Jetzt mal sieht der Chat auch nicht so gut aus. Nein. Das ist scheiße. Ja, Pausen. Nee, machen sie nicht. Bro, nee, Digger. Nee. Aber die spielen exakt, dass sie nochmal hin so kurz bis 1. Aber... Scheiße. Und wenn der genaue Plan wird, glaube ich kommen... Ich... Ich weiß, was ist, Digga scheiß dran. Dinger O , 1 16 Schio blurry Geil Das muß schon ne 15er sein Da würde ich so kotzen Ey Jedes Mal, wenn das Auto so anfängt zu... Och, das würde ich wahnsinnig werden. Ja. Oh mein Gott, ja, bitte. Komm, bitte. Nice. Komm schon, bitte, Delta. Hey. So knapp. Nice. Dicker, dieses Scheiß, Delta, so knapp. Diggi. Janski ist auch mit an Bord. Oh, da fliegt aber jetzt Janski ab. Da komme ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Das hat niemand gesehen? Äh, doch. Sorry, er hat gerade geschrien. Du warst voll im Bild. Janski hat es selber erwischt. Nice. Schönes Video, Janski. Tippi, toppi, galoppi. Ach, Mann. Tschüss. 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 tells nothing. Exactly. She is a AAAA avoided. So Hit, Vielen Dank.